Dann fangen wir mal an. Heute ein bisschen ein anderes Setup. Wir haben heute eine Premiere, deswegen habe ich heute auch kein Kopfhörer auf und deswegen auch ein bisschen anderer Kamerawinkel. Das ist nicht allzu stören. Heute provisorisches Setup, weil Jonas sitzt heute neben mir. Das erste Mal, seit wir streamen im gleichen Raum. Deswegen hapert es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mit Ton oder so. Wir haben hier noch nicht das richtige Equipment. Aber nichtsdestotrotz, heute wie Freitag, wie immer, neuer Stream. Bevor wir mit dem Thema anfangen, kurze Ankündigung. So langsam beginnen die Urlaubszeiten. Deswegen werden wir eine kleine Stream-Pause machen. Bedeutet, dass wir nächsten Wochen nicht Freitag streamen werden, sondern erst wieder ab September. Zweite Woche circa. Aber da kriegt ihr über Instagram, Twitter und die anderen Kanäle noch eine Ankündigung. Aber in der Zeit habt ihr genug Zeit, um, wenn ihr es noch nicht gehört macht habt, andere Folgen auf YouTube zu gucken. Ein Link kommt dann irgendwann links, rechts, blenden wir den ein. Und genau. Dann würde ich einfach zu Jonas rübergeben. Okay. Und wir fangen einfach mal wieder an mit einem kleinen Rückblick und dann schauen wir mal. Genau. Wenn technisch irgendwas komisch ist, Bescheid sagen im Chat. Dann können wir vielleicht noch live nachjustieren. Nein. Aber es sollte hoffentlich alles funktionieren. Ich glaube, ich wollte noch mal kurz einen Rückblick, was hatten wir beim letzten Mal gemacht. Zum einen haben wir die Detailseite weitergemacht. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt schon fertig ist, aber halt ein bisschen besser gestylt. Die Präsentation richtig in das Composable Architecture eingehängt. Und was dann am Ende noch gefehlt hat, was ich dann noch kurz nach dem Stream eingebaut habe, die letzten zwei Zahlen, Code oder was noch gefehlt hat, dass es auch mit dem Favoritenhandling verknüpft ist. Also man kann jetzt in der Liste auf den Favorit drücken. Der Film erscheint hier auch. Und in den Details ist der Status auch drin. Und wenn ich ihn hier ändere, wird er auch insgesamt überall aktualisiert. dass man praktisch ein, ja, dass es halt in unser System eingehängt ist von Composable Architecture. Hier müssen wir, das machen wir jetzt nicht heute, aber in einem der nächsten Streams mal schauen, wie wir da das Layout noch ändern können von diesen Genres. Vor allem wenn es viele gibt, da wir die alle nur in einer Zeile anzeigen, wird halt irgendwann der Platz knapp. Na gut, da könnte man entweder sagen, wir machen scrollbar oder wir zeigen nur die ersten drei an oder irgendwie sowas. Genau, ja, was ich auch schon mal, aber das gibt es nicht als Standard-UI-Komponente, was ich schon mal eingebaut habe, ist, dass er so wie ein Collection-View dann in die nächste Zeile rappt und dass er halt dann so viele Zeilen braucht, wenn die Höhe halt entsprechend anpasst, wie viel er braucht. Aber das ist kein Standard-UI-UI. Genau, auf jeden Fall kann man jetzt hier auch Favoriten nehmen und es taucht auch hier wieder auf. Also das, 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 äh, genauso kann ich jetzt auch hier rausnehmen. Mhm. Auch nicht. Oder auch nicht. Sehr schön, ja, ah, aha. So, ähm, wie Sie sehen, das funktioniert nicht. Ähm, okay, ja, das hatte ich wohl noch nicht getestet. Ähm, das machen wir jetzt aber auch nicht heute. Heute wollten wir jetzt ein bisschen andere Sachen machen, aber es hat eine, ähm, sehr umfangreiche Warnung ausgegeben, was eigentlich ganz cool ist, also von Composable Architecture, ähm, dass man hier halt so Anhaltspunkte bekommt, wie man das angehen könnte. Aber wie gesagt, heute, ich starte einmal neu. Ähm. Aber das ist eigentlich ein guter Einstieg für das, was wir vielleicht heute machen könnten. Ja. Dass wir einfach mal anfangen, ähm, Tests zu schreiben. Genau, das ist die Idee für heute, dass wir uns mal anschauen, wie man mit Composable Architecture denn, ähm, Tests macht. Ähm, vorher wollte ich noch kurz zeigen, dass, ähm, weil wir das letzte Mal darüber hatten, über Dark Mode, ähm, dass es sehr einfach ist, das einzubauen, wenn man die Standards Liftfarben benutzt. Das ist nämlich einfach schon eingebaut, ähm, und wenn ich hier im Xcode auf diesen Control hier drücke, ähm, kann man das sehr einfach testen. Ähm, einfach hier die Appearance anmache, kann ich den Mode hier auswählen, und dann zurück in Simulator, und schon ist es Dark Mode. Das ist Möglichkeit 1, im Prinzip überschreibt dann Xcode die Einstellung des Simulators. Du kannst natürlich auch im Simulator einen Shortcut drücken, um das zu switchen. Genau, aber so kann ich halt, äh, theoretisch hier einfach wieder auf Light wechseln. Du kannst auch, ähm, was man hier auch machen kann, ist Schriftgröße verändern, so, weil direkt im Simulator. Genau, ich kann ja mal hier kurz, äh, das Fenster will ich ein bisschen kleiner machen. Das Fenster will ich ein bisschen kleiner machen, ja. So, dass man beides sieht, ähm, also, der ändert das halt direkt, also auch jetzt mit der Schriftgröße, was du gesagt hast, kann man halt hier auch wunderbar dann testen. Ähm, da kann man dann auch schön testen, ob irgendwie das Layout kaputt geht, wenn die Schrift so groß wird, ähm, kann sich dann überlegen, was machen wir damit, also, ja, dass man sieht, das ist extrem kaputt dann. Ja, aber gut, das ist aber, dass es schön aussieht, ist dann ja auch nicht mehr die Hauptsache bei dem, ähm, ähm. Ja gut, aber man kann das ja schon versuchen, dann so hinzukriegen, dass es halt auch in der Größen Schriftgröße einigermaßen... Ja, ich meine, man kann es lesen, also es ist ja fest, dass es irgendwie jetzt abschneidet oder so, das ist vielleicht das, ja, ähm, genau, und das, das kriegt man halt einfach alles automatisch. Du kannst ja auch, äh, SwiftUI-seitig sagen, er darf nur bestimmte Variationen der Schriftgröße machen, das heißt, man kann eine Minimum, eine Maximum, also quasi so eine Range angeben. Ja, und dann könntest du ja sagen, okay, wir erlauben es gar nicht, dass es so groß wird, sondern eben eine Höhe mit. Das sind aber auch Themen, die wir demnächst auch mal machen könnten, ähm, was wir hier sehen, sind auch die Accessibility-Features, ähm, die sollten wir uns vielleicht auch in einem der nächsten Streams mal angucken, ähm, weil SwiftUI macht es eigentlich relativ einfach, ähm, so Accessibility-Features einzubauen, beziehungsweise teilweise bekommt man die schon automatisch mit, aber das würde ich dann einfach, äh, in einer weiteren Folge einfach mal genauer drauf eingehen, dass wir das dann auch vorher mal speziell ein bisschen angucken. Mit iOS 15 hat sich da auch ein bisschen was geändert, ähm, ja, müssen wir uns aber erst noch mal ein bisschen einstellen. Genau, es gibt auch jetzt neuen, ähm, äh, Accessibility-Inspektor, der funktioniert aber erst mit dem, mit dem neuen macOS, was wir jetzt hier noch nicht existiert haben. Ähm, ja, da werden wir dann warten müssen, bis dann wirklich die neue macOS-Version raus ist, bevor wir das dann irgendwie mal behandeln können. Vielleicht können wir dann das Accessibility auch dahin schieben, dass wenn wir die kompletten neuen Features benutzen können, dass wir es dann mal thematisieren in einem Stream. Genau, das, das finde ich ist gut. Und, ähm, hier gibt es auch zum Beispiel dieses On-Off-Labels, ich weiß nicht genau, ob das die Labels sind, die man setzen kann als Accessibility, ähm, aber das wäre auch noch... Das müssten die Accessibility-Labels sein, die auf jeden Fall einsetzen. Also, die haben wir jetzt halt noch nicht explizit gesetzt, deswegen erscheinen die hier. Okay, aber jetzt zu dem... Gut, das war jetzt quasi erst noch mal, äh, kurz Wiederholung, was kann die App schon, was haben wir gemacht und das mit dem Dark Mode war ja, weil letztes Mal die Frage irgendwie auch kam. Genau, ähm, ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal an, wie wir hier mit Composible Architectures einen Unit-Test schreiben oder, oder wie man das so machen würde. Genau, also erst mal die Frage, was würde man überhaupt testen in dem Unit-Test, also wenn ich jetzt mir mal die, äh, Movie-Liste anschaue, äh, wir haben zum einen den Screen, ich weiß nicht, also könnte man mit UI-Tests natürlich testen, ähm, aber da ist erstmal ja keine Logik drin. So, das ist ja eigentlich der Vorteil bei der Composible Architecture, dass klar ist, wo die Logik ist, im Reducer. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, ähm, die Logik wird ja komplett im Reducer gemacht. Nur dort, genau. Ähm, ähm, und als Input dienen halt die Aktionen, die dann quasi einen State-Change verursachen. Genau, also der Test, und so ist es auch genau, wie es bei Composible Architecture gemacht ist, ähm, wäre so, man löst Aktionen aus, das ist das Einzige, wie sich der State ändern kann, äh, und dann überprüft man, ob sich der State so geändert hat, wie man es, äh, erwartet hat. Also im Prinzip so klassisches Unit-Testing, also man hat einen definierten Anfangs-State, dann füllt man halt eine Aktion aus und prüft dann danach, dass wir den erwarteten Zielzustand bekommen. Genau. Also klassisches Unit-Test-Schema. Genau, und das läuft halt alles, also die, 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 den Code, der getestet wird dadurch, ist halt eben genau der Reducer, ähm, weil man hier, genau, der Action kommt rein, State wird, ähm, genau, und wie macht man das? Ähm, dafür gehen wir mal hier in Test-File, ähm, das ist, glaube ich, der automatisch generierte Unit-Test, den X-Code im Template mitbringt. Den brauchen wir nicht. Genau. Ähm, jetzt müssen wir uns ja erstmal überlegen, welchen Reducer wollen wir denn testen? Kann man da den Movie-List-Reducer nehmen oder einen anderen? Aber ich glaube, Movie-List ist auch so, was als erstes geöffnet wird. Wir hangeln uns einfach mal durch, oder? Genau, ich mach jetzt einfach mal, ich nenne es first, weil ich noch nicht genau weiß, was wir, was wir testen, ähm, und dann können wir das ja nachher noch umbenennen, wir brauchen nur jetzt erstmal eine Diskussion. Ähm, also, wie wir sonst, ich gehe nochmal hier zurück zu, ähm, dem App-Screen, was wir hier immer, ähm, reingeben, ich kann sogar noch ein Zuhör gehen, App, ähm. Ähm, was wir hier immer, ähm, reingeben praktisch in die App, ist der Store. Also der Store ist ja das, was die ganze Sache am Leben hält, die ganzen Sachen verknüpft und die Actions an den Reducer leitet und so. Das heißt, was wir brauchen, ist ein Store mit dem. Und, ähm, statt einem normalen, ähm, Store, äh, gibt's halt auch noch den Test-Store, der dann eben genau diese, diese Funktion bereitet. Der kommt dann quasi aus dem Composable Architecture, äh, Framework quasi. Genau, so wie der Store ja auch, aber es ist halt eine besondere Art von Store. Aber der hat halt so qua Convenience-Methoden zum Testen quasi. Genau, ähm, und wir brauchen auf jeden Fall Composable Architecture. Ähm, wir werden die, ähm, äh, unsere App, äh, case, keine, äh, als Testable, ach, das hatten wir oben, äh, als Testable brauchen, da wir ja unsere ganzen Reducer, äh, State und so, haben wir ja jetzt nicht public gemacht, in der App, den brauchen wir, das auf jeden Fall als Testable. Und, ähm, wir wollen vielleicht auch in das Testable import. Ähm, ähm, genau, für alle, für alle, die nicht wissen quasi, was Testable macht, ähm, wenn ich normal nur einen Import mache, bekomme ich quasi aus einem Framework, äh, quasi nur die Public-Methoden zugänglich. Und, ähm, will ja quasi in einem Unit-Test, äh, auch die internalen Methoden testen, denen ich außen, außerhalb keinen Zugriff habe. In diesem App-Testable bekommt man quasi für den Test Zugriff auf die internen, nicht auf die privaten, aber auf die internal definierten Optionen. Genau, und das, man will ja vielleicht auch Sachen testen, die nicht public sind. Ähm, ähm, gerade jetzt hier in der App, App-Target will man eigentlich ja gar nicht, also warum sollte man da etwas public machen, ist ja kein Framework. Ähm, wenn man ein Framework testet, hast du ja auch, äh, schon mal gemeint, dass man es auch so sehen kann, dass man eigentlich nur die Public-Schnittstellen testet. Es kommt halt drauf an, was für eine Art von Test du machen willst, wenn du quasi so eine Art Integrationstests machen wolltest und sagst, okay, ich binde das jetzt in meine App ein und will ich irgendwie welche Tests. Also, es macht in manchen Situationen schon Sinn, da kein Ad-Testable davor zu schreiben, aber jetzt in unserem Fall brauchen wir definitiv ein Testable. Okay. Äh, wo ich, wo ich kein Fan von bin, ist Private-Methoden internal zu machen, nur damit man sie testen kann. Ja. Dann finde ich, da hat man irgendwas falsch gemacht. Wollte was sagen, also ich meine, ähm, die sind ja nicht ohne Grund private, die Methoden. Und ich meine, wenn die private sind, ist es halt eine interne Implementierungslogik, die nach außen vollkommen egal ist. Ich will ja quasi nur das Ergebnis testen, also, also in einem Unit-Test will ich ja eine Unit testen, das heißt, ich mache jetzt hier einen speziellen... Das ist in der Name, ja. Ja, genau. Ja. Also, es wissen viele nicht, ja. Und, ähm, ich mache halt jetzt einen Funktionsaufruf und wie gesagt, wir haben vorher einen State, einen gewissen Zustand und ich erwarte halt, wenn ich eine bestimmte Methode drauf aufrufe, dass es einen gewissen State verändert. Und ich weiß ja, was ich erwarte und das teste ich auch quasi, ich, das, ja, dieses typische, wie teste ich. Genau, ja. Und wenn die private Methode so lang ist, dass man sagt, ah, würde ich die aber irgendwie lieber so testen wollen, dann muss man halt überlegen, ob das vielleicht eine eigene Klasse ist oder so, indem man das rauszieht, die man dann separat testet. Okay, ähm, also ich habe auch so Ideen schon mal gesehen, dass man irgendwie, irgendwie versucht, private Sachen irgendwie von außen oder Extensions zugänglich zu machen für den Test, finde ich persönlich total daneben. Ich meine, dann brauche ich es ja auch nicht private machen, wenn ich sowas machen will. Vielleicht gibt es die, äh, mal die Situation, wo man irgendwie nicht drum rumkommt, aber eigentlich, wenn es der eigene Code ist, dann nicht. Ich wollte mal sagen, wollte man eigentlich. Ähm, genau. Hier, der Test-Store habe ich jetzt schon mal hingeschrieben. Ähm, hat die gleiche, ähm, gleich einen Initializer wie der normale Store. Ähm, ich schreibe es mal so. Also wir brauchen den Initial State, den Reducer, den wir testen wollen und das Environment, den braucht man natürlich auch. Und hier ist ja der Initial State quasi den, den ich für den Testbeginn haben möchte. Genau, also wir fangen einfach mit unserem Movie-List State an. Mit dem Standard-State an. Genau. Und, ähm, den kann ich jetzt entweder schon mit, ähm, Werten vorbefüllen, ähm, aber ich fange jetzt einfach mit dem leeren, so wie wir es auch normal haben. Wir haben ja, wir können ja auch mehrere Tests machen. Einmal mit einem leeren, einmal mit einem vorinitialisierten Store. Was man jetzt ja auch sieht, äh, in der App erzeugen wir ja nur unseren App-Store, der dann, ähm, über das Scoping, den Movie-List Store sozusagen erzeugt und den Favorite-Store und so weiter. Aber beim Test können wir ja auch irgendwo einsteigen. Ähm, genau. Genau, und als Reducer geben wir dann den Movie-List-Reducer rein. Das ist das, was wir testen wollen eigentlich. Also unser Subject an der Test, was man immer so schön nennt, ist ehrlich, das da. Ähm, und als Environment brauchen wir das, äh, Movie-List-Environment. Und hier wird's ja jetzt spannend quasi. Genau, hier müssen wir jetzt halt überlegen, wie wir das machen, weil hier ist ja praktisch die Verbindung zur Außenwelt, sag ich mal. Genau. Also ich meine, jetzt wird's auch langsam klar, warum wir dieses Environment benutzen. Weil, ähm, in unserer App haben wir das ja so implementiert, dass, dass die Main-Clue, die tatsächliche Main-Clue aktuell ist, ähm, wenn Search aufgerufen wird, triggern wir aktuell, wir können ja mal in den Produktiv-Code quasi gehen, ähm, machen wir da quasi unseren API-Aufruf, wo wir halt wirklich die tatsächliche Suche triggern. Und, ähm, durch dieses Environment sind wir halt jetzt in der Lage, quasi diese API-Calls oder Environment-Ariablen quasi auszutauschen, speziell für den Test, weil in einem Unit-Test möchte ich ja keinen wirklichen Netzwerk-Request haben. Ich möchte keine richtige Datenbank, also nicht die App-Datenbank verwenden, wenn wir eine haben. Ähm, das hatte ich auch schon mal, äh, in einem Projekt, wo irgendwie wir Tests hatten, die mal grün, mal rot waren. Und wir überlegt haben, warum ist das so, bis mal aufgefallen ist, dass ein Test die tatsächliche App-Datenbank benutzt. Ja. Und je nachdem, wie die halt, welchen Zustand die gerade hatte, hat der Test halt funktioniert oder halt auch nicht. Und am Ende, um sauber zu räumen, hat es mal alle Daten gelöscht dann. Ja, genau. Und da hatte man wirklich den State, dann habe ich die App mal wieder normal gestanden, habe mich gewundert, warum sind meine Daten weg und so, weil der Test dann halt aufgeräumt hat. Ja. Ähm, deswegen, also wichtig in Unit-Tests, keine richtigen Netzwerk-Requests, keine richtige Datenbank. Das wird alles weggemobbt oder durch irgendwas ersetzt. Datenbanken meistens durch In-Memory-Datenbanken, die wirklich nur für diesen einen Test gültig sind. Also solche Geschichten, das ist halt echt wichtig in Unit-Tests zu beachten. Sonst hat man sehr komische Nebeneffekte, wo man erstmal spontan oder so direkt nicht erkennt, was denn jetzt das Problem ist. Ja. Gerade wenn man nur eine Production hat. Ja. Das wäre dann noch schöner, wenn es da noch rein sind. Ja, und es kann halt auch die Tests verfälschen. Je nachdem, in welchem Zustand halt diese Datenbank ist, weil die halt, jemand die App benutzt hat vorher in dem Simulator, hat es halt keinen definierten Anfangszustand. Und, ähm, deswegen ist halt echt wichtig, ähm, im Prinzip wird alles weggemobbt in einem Unit-Test, bis auf die Unit, die man testen möchte. Genau, sonst hat man einen Integration-Test. Ja. Guck mal, das mag auch sinnvoll sein, dass man irgendwie so mal einen ganzen Flow durchtestet. Genau. Ähm, weil das ist dann halt was, das man nicht nach jedem mitlaufen lässt. Genau, wird auch gerade im Chat geschrieben. Sonst sind es ja keine Unit-Tester, wenn man ein tatsches Suchverfahren macht. Genau, genau, genau. Ähm, okay. Okay, eine Sache, die wir jetzt hier sieht, wir haben, ähm, ja, ein Debounce hier drin. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt den Ablauf testen wollen, sagen wir mal, wir wollen testen, man gibt was in den Sektor ein. Ja, ähm, dann geht ja die Ausführung zum nächsten Schritt der Suche erst nach einer halben Sekunde weiter. Ähm, und das heißt, wenn ich jetzt die ganz normale, ähm, Dispatch-Queue benutzen würde, ähm, müsste ja mein Test ja tatsächlich fünf, äh, die reale Zeit warten, damit dieser Debounce abgelaufen ist und ich dann, äh, fortsetzen kann und gucken kann, ob er dann weitermacht und sucht und so. Ähm, und das ist eigentlich ziemlich cool, was sich die Jungs überlegt haben von der Composable Architecture. Und jetzt kommt es halt auch zu tragen, warum wir die Main-Cue da reingehen. Genau, ähm, es gibt, ähm, sag mal, hier. Scheduler. Also im Prinzip ist ja die, die Main-Cue ist ja eine Art Scheduler, das heißt, äh, quasi ein zeitlicher Ablauf. Genau. Und sie haben hier ein, äh, Dispatch-Queue-Test, ähm, äh, entwickelt. Ähm, den wir jetzt hier nehmen als unsere Main-Cue. Wir laufen gar nicht mehr auf der Main-Cue. Ähm, und das, diese, diese Test-Cue ist auch keine, äh, Cue, wo die, dass die, die Zeit steht sozusagen still, oder wir haben die Kontrolle über die Zeit. Beziehungsweise wir können so eine Art, äh, Zeitreise machen. Also in dieser Cue können wir quasi sagen, wir drehen die Zeit günstig vor oder zurück. Also wir können die komplett beeinflussen. Ähm. Ja, ich meine, ich kann ja mal kurz, ähm, hier schauen, ob ich darauf aufrufen kann. Ähm, ich kann hier eingeben, Advanced, Buy. Mhm. Ähm, und dann kann ich um eine bestimmte Zeit, ähm, vorspringen. Also ich kann sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe einen, einen Time-Out von, ähm, was weiß ich, einer Minute, dann könnte ich diese Minute vorspringen, um dann, und dann so zu tun, als wäre der Time-Out abgelaufen. Also man muss nicht die Minute warten, oder jetzt in unserem Fall. Okay, ich muss mal kurz zu korrigieren, nicht zurückdrehen, weil das macht ja auch beim Test keinen Sinn, oder? Können wir auch zurückdrehen? Habe ich zurückdrehen gesagt? Also ich meine, ich habe vorhin zurückdrehen gesagt, deswegen wollte ich gerade mal zurückdrehen. Ich glaube nicht, man kann nur machen, ja, genau. Ähm. Aber wir können da quasi Wartezeiten, halt irgendwelche, jetzt hier die halbe Sekunde, können wir sagen, mit einem Befehl, wir spulen um eine halbe Sekunde vor. Genau, also man kann entweder halt sagen, um eine Zeit, man kann hier auch so einen Schritt, so eine Größe sozusagen eingeben, und dann halt immer um diese Schrittgröße, äh, machen, und man kann auch noch andere Sachen, ich glaube, das kommt aus dem, ähm, normalen Scheduler-Dings, aber dieses Advanced ist eigentlich das, was wir brauchen, ähm, damit wir halt selber Kontrolle sozusagen über die Zeit haben. Ähm. Das nächste, was wir jetzt hier noch brauchen für unser Environment ist der, die Closure praktisch, die sucht, und die Closure, die ein, ähm, Detail-Lädt. Mhm. Ein, 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 Detail-Lädt. Ähm, die, wir wollen jetzt hier nur die Liste testen, das heißt, bei dem hier unten können wir eigentlich sagen, ähm, der interessiert uns nicht, weil das ist ja nur, der wird ja nur in das, in den Detail-Reducer weitergerichtet. Ja, also für diesen Test braucht, ist uns Load egal. Genau. Und dann können wir einfach, ähm, den, weiß nicht, Fail, Fail, oh, ich glaube, das ist Fail, ja. Ja gut, entweder das, oder wir können einfach eine leere Closure reingeben. Äh, ja, aber wir müssen ja was zurückgeben, wenn jetzt, ach so, genau, äh, ich hab's deswegen nicht gefunden, weil, äh, es ist von Combine, äh, weil wir ja Publisher hier zurückgeben. Ähm, das heißt, wir müssen, äh, Combine, dann kann ich jetzt ein Failure, Fail, ist, glaube ich, das, genau. Und dann habe ich einfach einen Publisher, der direkt fehlt mit dem Error, den ich reingegeben habe. Ähm, und da gebe ich einfach den, so wie wenn das jetzt, ähm, äh, wenn jetzt die, ähm, Movie API fehlschlagen würde, wo wir ja den Request hinchecken, sag einfach, äh, das Detail ist, ich weiß nicht, warum wir das Detail genannt haben als Error, nicht irgendwie noch genauer, aber, ähm, ein Fehler, äh, und da das Publisher, ist, müssen wir nicht noch Publisher. So, und hier, ähm, brauchen wir jetzt einfach erstmal irgendeinen Publisher, äh, nehmen wir mal hier Current Failure Subject, ähm, und ich sag jetzt erstmal leeres Array. Also egal, was ich suche, wir kriegen immer das leere Array. Also im Prinzip so, als wenn er zu dem Suchbegriff nichts findet. Genau, so. Ähm, damit haben wir unser, ähm, unser Array eigentlich, jetzt habe ich hier noch, Ah, das Ganze ist eine Closure. Und da es der einzige Wert ist, müsste ich, kann ich, glaube ich, den, äh, Return weglassen. Genau. Äh, wenn es nur eine Zeile ist, ähm, brauchst du keinen Return. Ähm, so, jetzt haben wir den Store. Was ist das mit den Klammern? Ah, ich habe den, ich, ich, ich habe hier den Query nicht ignoriert, wenn ich bekomme, hier bekomme ich die ID, die ich laden soll. Das ist auch nicht so wunderschön, weil es uns, egal, was man sucht, wir geben immer den. Weil uns ist ja, wir wollen ja nicht unsere API testen, sondern wir wollen ja nur testen, dass das, was die API zurückliefert, auch bei uns landet. Das heißt, es ist egal, was wir, wir können, also erstmal. Das ist jetzt quasi der definierte State, also wenn eine Suche ausgeführt wird, definieren wir jetzt, dass wir ein leeres Ergebnis zurückgeben. Das heißt, wir wissen quasi, wir simulieren quasi den Netzwerk-Request und sagen, wir haben nie ein Ergebnis, wenn das ausgeführt wird. Und jetzt können wir halt genau sagen, wenn wir jetzt mal was suchen, wissen wir, es kommt kein Ergebnis zurück und dann können wir in den Test prüfen, ist das denn so, dass unser State halt wirklich auch keine Ergebnisse drin hat, etc. Genau. Eine Klammer war noch falsch, jetzt glaube ich jetzt noch nicht. Okay. Okay. So, jetzt ist nur noch die, ich höre, dass ich nur noch, dass ich den Weil du noch nicht benutzt. Genau. Das ist ja auch richtig. Okay. So, was machen wir jetzt? Also das war jetzt im Prinzip unser Setup für den Test. Genau. So, da können wir uns auch gleich noch überlegen, wenn wir mehrere Tests noch schreiben wollen, ob wir das in eine Funktion auslagern, wo wir zum Beispiel hier spezifizieren können, was als Ergebnis zurückkommen soll an der Liste. Oder ob es fehlschlagen soll, nicht, da kann man Fehler testen. Ja, weil wir wollen ja nicht in jedem Test hier Copy-Pasten und dann sowas. Genau. So, jetzt kommen wir praktisch an den eigentlichen Test und dafür benutzen wir unseren Store. Und dem Store können wir Actions senden. Im Prinzip simulieren wir ja jetzt die UI. Das ist ja genau das, was eigentlich die UI macht. Ja, also einfach Aktionen. Es muss ja nicht nur die UI tagieren. Also aktuell in der App wäre das halt eine User-Interaktion auf der UI, würde quasi genau diesen Send-Request auslösen für eine bestimmte Aktion. Das simulieren wir jetzt, indem wir halt jetzt einfach eine definierte Aktion reingeben. Genau. Also wir fangen mal da an, wo wir in der App anfangen würden. Wir tippen was an, quasi. Wir tippen was an, quasi. Oder tippen wir jetzt einfach irgendwas rein. Also in der App würden es einzelne Buchstaben sein, der immer länger wird. Aber für den Test können wir auch gleich schon den ganzen Strangern geben. Und was wir dann als nächstes Mal, was wir erwarten jetzt ja, dass durch das Senden dieser Aktion sich der State ändert. In irgendeiner Art und Weise. In irgendeiner Art und Weise, genau. Und der State ändert sich irgendwie. Das kann man einfach mit einer Closure hintendran angeben. Aber man muss sagen, diese Closure kommt durch den Test-Store. Genau, ja. Das ist quasi ein Feature, was dieser Test-Store mitgibt, dass wir quasi beim Senden einer Aktion auch sagen können, noch eine Closure mitgeben können, wo wir quasi, wie ist das, den erwarteten neuen Zustand des States eintragen können, oder? Genau, also wir simulieren praktisch jetzt hier den, wir geben an, die State-Änderung, die wir erwarten. Also wir bekommen rein als Parameter den State. So, und wir müssen darauf jetzt die Änderungen machen, die wir erwarten, dass der Reducer sie macht. Also wir sagen, wenn Search-Term reinkommt mit der Action, dann soll sich an den Movie-States gar nichts ändern, sondern nur der Search-Term soll sich ändern. Und zwar nicht so, sondern einfach so auf Test. Das soll dann Test sein, genau. Also wir tun so, als wären wir die Reducer und ändern den State, und zwar in der Form, wie wir erwarten, wie es funktioniert. So, ich kann ja mal hier was Falsches anschauen, dass wir sehen, was passiert. So, wenn ich das jetzt mal ausführe, schauen wir mal, was rauskommt. Also der soll jetzt fehlschlagen, weil ich habe ja jetzt hier eine andere Erinnerung gemacht, die ich erwarte. Also ich würde nicht erwarten, dass der Test reinschreibt. Aber wir haben ihm gesagt, er soll Test 1 reinschreiben. Oh, er testet jetzt. So, was haben wir hier? Zum einen gut rot. Rot, ja. Aber wir haben zwei Fehler. Wir schauen uns den hier oben gleich an. Erstmal den hier unten, weil das ist der, den ich eben geblieben habe. Er zeigt mir jetzt hier an, dass der State Change nicht matcht. Hier unten ist auch nochmal erklärt, also Expected ist Minus und Actual ist Plus. Okay. Das ist cool. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben erwartet Test 1, aber eigentlich kam raus Test. Ja, Test, okay. So, und für die Movie States passt's. Da haben wir keine State Änderungen erwartet und auch keine bekommen, deswegen ist da weder Plus noch nichts. Genau, also ich muss quasi hier nur die tatsächlichen erwarteten Änderungen geben. Genau. Und darauf vergleicht er quasi automatisch. Das heißt, ich muss keine eigenen Asserts machen. Ja. Das macht quasi der Test-Store für mich. Genau, und man sieht auch, er macht das eben so schön formatiert. So ein schönes Miff quasi, wie man es aus Git und so kennt. Ja, und auch was aus dem Debug rausfällt, wenn man dann einen richtig größeren Debug dran schreibt, das wird dasselbe sein, was die da intern benutzen. Also, das ist ja schon, ja. Aber man sieht halt nicht einfach nur Searched Fade oder so oder Not True oder irgendwas, sondern halt richtig schön, was das Problem war. Also das kriegen wir natürlich weg, indem ich hier das zu dem ändere, was tatsächlich rauskommt. Ach, tatsächlich erwarten wir. Genau, jetzt sollte quasi ziemlich der State-Change korrekt sein. Genau. Bevor ich jetzt nochmal bau, gucken wir jetzt noch das andere an. Und das ist so ein bisschen vielleicht ein Problem mit unserem Setup, das wir bisher haben. Was er jetzt, worüber er sich hier beschwert, zu Recht ist, dass er sagt, wir haben hier ja bei Search ein Current Value Subjects zurück. Das ist ein normaler Publisher. Genau, aber es ist ein Long-Running Publisher. Das ist kein Publisher, der nur einmal feuert und dann nie wieder, sondern solange ich nicht Completion aufrufe, auf den kann ich immer wieder senden. Und ich rufe nicht Completion auf, sondern ich schicke dem, sagt die Leere Liste und dann bleibt der so. Also ich könnte natürlich jetzt das rausziehen, den Publisher und dann Completion aufrufen und sagen, ich bin fertig. Was auch der URL-Session-Publisher machen würde. Also der ist einer, der sagt, hier ist das Ergebnis, ich bin fertig. Okay, und die Fehler, wenn wir jetzt kommen, ist quasi der Hinweis auch, das Ding ist quasi noch nicht als fertig markiert. Genau. Das will er halt so nicht haben. Genau, wie gesagt, ein Effekt, den wir hier ausgelöst haben, läuft noch und wurde nie Completion oder gecancelt. Wenn ich jetzt hier in den Reducer reinschaue, dann sehe ich ja hier auch, das haben wir jetzt ausgelöst, das Search-Field-Change, das haben wir überprüft, das hat geklappt und jetzt nach dem Debounce lösen wir den Search-Effekt aus, den Search-Term. Das haben wir jetzt noch gar nicht getestet, sowas sind wir noch gar nicht, aber der macht ja weiter natürlich, der Reducer, der hört ja nicht einfach nur auf, weil wir es nicht getestet haben. Und er ruft dann hier in Search, ruft er des Show-Movies von unserem Environment auf. Dort, sondern hier. Und dadurch, also bei unserer Implementierung in der App, ist es dieser Einmal-Return-Reducer. Bei uns im Test haben wir jetzt halt einen anderen genommen. Okay, also das heißt, wir bräuchten eigentlich im Test einen Publisher, der halt wirklich kein Long-Running ist, sondern der halt direkt fertig ist. Genau, gibt bestimmt einen von Combine, ich kenne ihn noch nicht. Na gut, ich würde jetzt einfach mal spontan, die machen ja alles über Effects oder so. Also ich würde mal vermuten, dass das auch irgendwie so ein Effect ist, den du returnen kannst. Also was wir erstmal machen können als Workaround, wir können einfach einen Effect nehmen und das stellt auch so ein bisschen in Frage, ob es eine gute Idee war, in unserem Environment auf Publisher zu gehen, statt auf Effects, weil damit mischen wir es so ein bisschen. Das Thema hatten wir ja damals schon, als wir gesagt haben, eigentlich müssten wir hier Effects returnen, aber ich weiß gar nicht mehr, warum wir gesagt haben, wir haben ja gesagt, wir wollen da ein bisschen unabhängig von dem. Genau, wir wollten nicht überall das haben. Aber ich denke, wir waren einen Schritt zu kurz, weil das Effect ist halt das Element, was man benutzt bei Composible Architecture, wenn man irgendwelche Seiten-Effekte hat und wir können ja dann immer noch nach außen den Publisher benutzen. Also unsere APIs können ja Publisher haben und hier haben wir jetzt halt das Problem, dass wir nicht, also wenn wir einfach einen Effect zurückgeben könnten hier statt einem Publisher, dann könnte ich jetzt hier einfach sagen, so und fertig. Also Return Effect Value und muss nichts tun. Und so kann ich halt nicht diesen Publisher nehmen und muss halt dann, weil ich jetzt den jetzt kenne, es gibt bestimmt noch einen von Combine, das halt dann so außenrum machen. Und wenn ich das nicht über Combine gemacht hätte, ah, Just wird gesagt. Moritz meint diesen Just, weil das müsste auch so ein Short-Gimp sein, also einer, der direkt tätig ist. Genau, können wir auch mal ausprobieren. So, dann sind wir komplett Combined. Aber wir hängen halt dann immer an Combine, das ist halt auch nicht so gut, wenn du jetzt zum Beispiel unser Setup, gut, wir sind jetzt in der Beta und so, aber wir könnten es halt nicht mit iOS 12 benutzen. Wobei, könnten wir eh nicht, weil Effect ist ja auch nicht Combine aufbauen. Aber ja, so. Das brauchst du dann, glaube ich. Ja, doch, weil er gerne hätte, dass das auch einen Fehler werfen kann. Also Just funktioniert nicht so ganz. Weil Just nie, weil Just nie, nie fehlschlägt. Dann nehmen wir doch erstmal Effect. Und dann bauen wir jetzt, glaube ich, um, dass wir... Aber dann wäre halt die Frage, bauen wir quasi unsere Logik um, dass sie keinen Publisher mehr return, sondern halt wirklich wie im Framework quasi erwartet, Effect. Also, im Nachhinein finde ich das besser, weil wir dann sagen, okay, das ist unsere, das ist das Environment, ist unsere Schnittstelle aus der Composible Architecture Welt nach draußen. Und die Rückgabewerte, die man bekommt, sind immer die in Composible Architecture Welt oder auch, wenn man ein Model hat, speziell für einen State. Das macht dann das Environment und von wo die Daten kommen, das sind dann andere, was ist unser API-Model oder Combine oder was auch immer. Und dann ist das Environment dafür zuständig, dass das... Können wir gleich mal umbauen. Wir können ja einen Test schreiben, dann bauen wir es um und gucken, ob der Test macht. Ich wollte gerade sagen, das soll ja dann grün bleiben. Da können wir dann sicherstellen, dass wir quasi nichts verändert haben. Genau. Okay, aber wenn wir jetzt mit Effect starten und das kein Longrunning ist, dann müsste der Fehler ja jetzt weg sein. Gucken wir mal. Und er sollte eigentlich grün werden. Genau, weil wir nur das... Ah, wobei, er müsste eigentlich noch was anderes meckern. Genau, weil er testet den ganzen Ablauf dieses Reduces. Und er sagt... Immer noch das Gleiche. Wartet. Weil wir debouncen. Vielleicht war das der eigentliche Grund. Wir waren sozusagen schon eins zu weit in unserer Überlegung. Aktuell macht er den debounce. Wir sind ja gar nicht so weit gekommen. Okay. Aber haben wir schon zu weit gedacht. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Also wir haben gar nicht hier unten gehangen an dem. Nee, er hängt oben am debounce. Genau, sondern er hängt am debounce. Und da wir ja unseren Custom Scheduler haben, wartet er halt, bis 0,5 Sekunden rum sind. Die sind nie rum. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir jetzt ja die MainQ auch rausgenommen haben, läuft da ja keine wirkliche Zeit. Genau. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt sagen, okay Scheduler, wir schieben dich jetzt um 0,5 Sekunden vor. So, und jetzt testen wir es einfach nochmal. Weil jetzt ist ja, sollte für ihn die Zeit abgelaufen sein. Und er müsste den State Change vollzogen haben. Genau. Aber eigentlich müsste er da jetzt ja weitermacht und er testet auch, ob noch weitere Effekte gekommen sind. Genau, das ist jetzt der nächste. Also es werden jetzt neue Actions getriggert durch diesen Effekt. Achso, und er möchte jetzt quasi die, die jetzt noch getriggert werden, dass wir da auch die State Prüfung machen. Genau, oder sagt jetzt hier, du sagst, du bist fertig praktisch. Aber ich habe noch bekommen Search und Show Movies. Ja, und die hast du in deinem Test jetzt gerade nicht behandelt. Genau. Aber das ist ja auch cool, dass es so in die Hinweise kommt. Genau. Dass ich ja quasi auch den ganzen Ablauf gesagt bekomme durch dieses Framework. Genau. Das ist ja nicht Standard-Unit-Test-Features, dass ich das so gesagt bekomme. Genau. Aber das ist ja auch wieder ein Vorteil für dieses Framework. Also das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, super cool. Und ich kann jetzt halt auch, weil ich ja jetzt nicht mehr die Action sende, sondern ich, durch einen Seiteneffekt wird es jetzt ja versorgt. Wir machen ja einen Effekt, der dann das andere ausschließt. Das heißt, ich kann es nicht senden, weil ich löse es ja gar nicht aus. Aber es gibt dafür noch Receive und ich kann auch nochmal das Receive mit dem Update-Closure, wenn ich, wenn ich, wenn ich, was ändert in dem, bei der Action. Das heißt, du müsstest jetzt ein Receive machen und jetzt quasi die Action angeben, die ich erwarte, die nicht gehandelt wird. Die ich erwarte, die ausgelöst wird. Genau, also ich, ich weiß ja, nochmal zurückgehe in den, äh, User hier, ähm, wenn ich, wenn sich das Eingabefeld ändert und es sind 0,5 Sekunden rum, dann, ähm, triggert er Suche. Also, mit diesem, mit dem String, mit dem Term, genau. Und in Search, könnten wir jetzt einmal, ähm, Test schreiben für, wenn es jetzt empty ist, nee, wenn es empty ist, dann haben wir einen extra Fall, das können wir gleich noch einen extra Test verschreiben. Da sind wir jetzt erstmal noch nicht. Das heißt, was er als nächstes macht, ist, er triggert, ähm, Search Term. So, ähm, beziehungsweise, also, er triggert die Suche in unserem, ähm, ähm, also, bei Moment. Er triggert die Such-Closure auf uns, wenn wir, weil, die wir ausgetauscht haben. Das received er dann an der Maincube, äh, und triggert dann Show Movies. Okay. So, ähm, aber, wenn ich mal da hingehe, wenn, beim Search Term, wird, ist kein State Change, sondern der löst entweder gleich den Success aus beim leeren Search-String oder macht die tatsächliche Suche. Okay. Das heißt, wir brauchen hier nicht den Closure, weil wir erwarten auch keine Änderung. Wir erwarten nur, dass Search aufgerufen wird, und zwar mit Test. Ah, okay. Weil wir das ja oben reingegeben haben. Ja. So, jetzt können wir auch mal sagen, was er dann macht, wenn ich was anderes erwarte. Dann müsst ihr mir ja wieder was ähnliches ausgeben, wie wir am Anfang gesehen haben, als wir Test eingegeben haben. Genau. Irgend so eine Meldung mit so einem Diff vom State, der nicht passt. Beziehungsweise, es ist jetzt nicht State, sondern er wird sowas sagen, wie, ich habe diese Action erwartet, aber diese oder auch nicht. Irgend so was, ja. So. Genau, das ist genau das. Die Action mit Plus-Minute, genau. Genau, ich habe die Action Test 1 bekommen. Erwartet? Ja. Wobei, die habe ich bekommen, genau. Nee, erwartet tatsächlich. Das ist nicht erwartet. Das ist expected. Genau, weil Test 1 ist ja das, was ich erwarte. Genau. Ich gebe hier in meinem Test immer nur meine Erwartungen an und der Reducer macht was anderes, genau. Und er sagt hier, das kam rein. Finde ich ziemlich cool, das so. Ja, vor allem das so zu sehen, weil normalerweise geht ja jetzt dann los, okay, was hat denn nicht gestimmt in den Standard-XC-Tests? Genau. Da hat man halt nicht so eine komfortable Ausgabe. Also, man kann es auch gut machen, aber wenn man halt nur True macht, dann sagt er halt, war nicht True. Also, da finde ich halt zum einen extrem gut, dass ich die einzelnen Actions sehe, die nicht gehandelt werden gerade durch meinen Test, aber die irgendwie ausgeführt werden. Das heißt, ich kriege eigentlich immer den Hinweis, da passiert noch was, was du gerade nicht abprüft, was ultra gut ist. Vor allem teilweise, es kann ja auch im realen Leben quasi passieren, dass eine Methode geändert wird und die dann noch weitere Sachen triggert, die man nicht erwartet oder die zum Zeitpunkt, als man den Test geschrieben hat. Nicht so getriggert wurden. Dann kriegt man zu mir hier einen Hinweis, hallo, hier passiert was anderes, was du noch nicht irgendwie abholst. Genau. Ja, das ist ja auch hier das zweite noch, das Show Movies haben wir jetzt nämlich ja auch noch nicht. Genau. Das heißt, wir erwarten auch noch danach, dass Show Movies kommt. Ja. Und zwar, weil wir hier oben ja eine leere Liste reingegeben haben, erwarten wir auch, dass das eine leere Liste hier reingibt. So. Und wir erwarten, dass er die Movies auch auf die leere Liste. Weil das haben wir ja so implementiert. Ja gut, also. Weil wir könnten ja auch sagen, wenn er schon mal eine Suche ausgeführt hatte mit Ergebnissen, dass wir die einfach lassen. Also könnte ja passieren rein theoretisch. Ja. Weil wir erwarten halt, wenn das kein Ergebnis liefert, wollen wir auch eine leere Liste haben. Genau. Ich habe es jetzt hier falsch gemacht. Genau, Moritz schreibt gerade im Chat, ob es sinnvoll wäre, den Suchbegriff quasi hier Test in eine Variable auszulagern. Ja, dann wäre es rein vom Testschreiben weniger fehlanfällig, weil ich nur eine Stelle ändern müsste. Ja. Kann man machen? Kann man. Wahrscheinlich hier könnte man das machen. Ja, also ich mag es gern beim Test, das hinzuschreiben, weil es ja offiziell verschiedene Eingaben sind. Mhm. Also es ist, bei Praxis ist es eh egal, weil es die bei Value ist. Aber das ist ja praktisch die Eingabe im Suchfeld gewesen. Und das andere ist in der Ratsache. Dann das ist, was ich im State reinschreibe. Und das ist dann, was zur Suche geschickt wird. Aber natürlich, damit man es nicht immer hinschreiben muss, könnte man das auch machen, ja. Schlechtgeschmackssache. Genau, aber wenn wir uns das jetzt angucken, jetzt haben wir quasi gesagt, okay, wir erwarten, dass dann Search mit Test getriggert wird. Wir erwarten, dass eine Show Movie mit einem leeren Result getriggert wird. Das heißt, es waren ja die zwei, die wir nicht gehandelt hatten. Ja. Jetzt sollte er zufrieden sein eigentlich. Guck mal. Und hoffentlich auch grün sein. Ja, passt. Einzige, was ich mich jetzt noch frage, wir haben ja hier... Auch noch ein Receive on Main Queue drin. Ja. Ich musste aber nicht nochmal advancen, meinen Scheduler. Wahrscheinlich, weil ich halt kein Delay oder irgendwas... Ich wollte gerade sagen, du hast aktuell... Ja, aber das ist, glaube ich, weil du halt weder ein Debounce drin hast, noch irgendwie ein künstliches Delay. Genau, das denke ich auch. Dann muss man halt ja nicht voranschreiten in der Zeit. Also du musst halt explizit... Das hat er ja auch in der Fehlermeldung da gesagt, dass du quasi eine Zeitdifferenz quasi hast, die du nicht behandelst. Und wenn es halt keine Zeitdifferenz gibt, wenn es jetzt noch auch verarbeitet werden soll, zu dem sofort jetzigen Zeitpunkt, dann kriegt er das so hin. Und das ist ja auch so, die Closure, die wir ausgetauscht haben, returnt ja sofort. Da ist ja wirklich null Delay. Also das ist ja auch nicht mehr asynchron. In dem Sinne. Ja. Von daher ist es schon korrekt, dass das jetzt für ihn okay ist, ohne Advancen. Und mit dem hier können wir halt unseren... Also dauert der Testzeit nur ein paar Millisekunden, statt immer eine halbe Sekunde. Aber jetzt wäre nur mal Interesse halber, was... Wenn wir jetzt 0,4 hier nur reinschreiben, wenn wir zu wenig advanceen, dann müsste es ja jetzt wieder in die Meldung kommen, dass es... Also müsste wieder auf Rot gehen eigentlich. Probe ich es mal. Weil die State Changes ja dann noch nicht passiert sind. Ja. Also ich habe es noch nie getestet, was dann passiert, aber das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ich würde jetzt erwarten, dass das wieder auf Rot geht. Ja, genau. Okay. Und der meckert auch wieder hier mit dem Effekt. Ja, das ist ja wieder neu, weil das Debounce nicht abgelöst ist. Weil die Debounce nicht fertig ist. Was ja auch extrem gut, also cool ist. Und der sagt jetzt hier auch, ich habe diese Action erweitert, aber sie kam nicht. Weil er halt hier noch festhält. Was ja korrekt ist, weil er es ihm noch nicht ausgelöst hat. Genau. So. Das heißt, wir müssten hier eigentlich nur advanced 0,5 oder mehr reinschreiben. Dann müsste das okay sein. Also wenn ich jetzt 0 komme... Jetzt 1. Als Beispiel, können wir ja mal kurz testen. Wenn wir einfach mehr als 0,5 reinschreiben. 1. Einfach nur mal... Und das müsste ja für den Test gesehen okay sein. Ja. Weil der Debounce ist abgelaufen. Ja. Und die State Changes sollten getriggert worden sein. Ja. Also da würde ich jetzt erwarten, dass es auch auf grün. Genau. Und aber so kann ich jetzt halt nicht unterscheiden, ob mein... Also ich würde hier schon ein Minimum angeben. Weil ich sage, also ich teste damit, dass ich ein Debounce von einer halben Sekunde habe. Mir ging es einfach nur darum, was passiert, wenn ich da mehr angeben würde. Genau. Also von mindestens einer halben Sekunde, die bei uns teste ich dann. Okay. Dann können wir ja nochmal einen Test schreiben. Also was haben wir jetzt hier? Test no search results. Genau. Das war der simulierte, wir haben keine Debounce. Was wir jetzt gesehen haben in der Implementierung, dass wir eine Änderung drin haben, wenn der Search Term leer ist. Das heißt, wir könnten jetzt einen Test schreiben, wo wir einen leeren Search Term reingeben, um halt diesen Verzweigung zu testen. Ja. Dass wir die auch in einem Test durchlaufen. Wäre ein möglicher zweiter Test. Bevor wir das machen, würde ich ein Create Environment machen. Achso, dann würde ich das Environment auswählen. Ja, dass ich das wieder benutzen kann. Und dann wollen wir hier. Eigentlich die Trasse. Wir brauchen eigentlich nur, was wir für Movies zurückgeben. Down rein, Tio. Also wirklich, ich fange jetzt erstmal dran. Ja, du müsstest dann halt den Scheduler rausziehen, damit du ihn oben aufbauen kannst. Ja, stimmt. Den muss ich hier, aber den... Oder du gibst ihn mit rein in die Methode. Will ich jedes Mal einen neuen? Ist die Frage, ob man unterschiedliche Scheduler haben möchte in verschiedenen Tests? Erstmal wahrscheinlich nicht. Wurscht eigentlich. Ich kann den eigentlich... Das heißt, du könntest für die Testklasse das global definieren. So. Genau. Der, wo Scheduler steht... Den macht er automatisch. Den muss ich können. Da wir jetzt aktuell... Und da es nur eins ist, musstest du noch nicht mal Return dazu finden. Und du musst natürlich der Funktion angeben, dass sie einen Environment return. Das war die Fehlermeldung. Ja, also Return ist hier nicht notwendig, weil wir nur dieses... Ja, ich weiß immer nicht, wie... Ob ich es gut finde oder nicht. Also... Also in der Closure... Mir gefällt es sehr gut. Also ich mache das grundsätzlich so, wenn... Also der Compiler meckert ja auch. Also ich schreibe da nie einen Return hin. Also so könnte ich es auch testen, wenn du es dir einfach machen willst. Und wenn der Compiler meckert, schreibst du einen Return dazu. Aber die Faustregel ist eigentlich, wenn da mehr als eine Anweisung drin ist, musst du einen Return benutzen. Ja, das sowieso, genau. Das ist eigentlich... Also ich finde es in Closuren gut, weil dann sparst du dir einfach halt... Kannst du es kompakter schreiben. Auch so Map und Filter und so. Ich finde das auch in Computed Properties und so ein Kram. Kann es ja auch sein, dass du nur eine Anweisung drin hast. Die Computed Properties kannst du theoretisch auch in eine Zeit in Geschwerte Klammern anschauen. Hier, wenn ich hier so einen großen Klumpatsch habe, weiß ich halt nicht, ob... Also ja... Ja, das ist wieder persönlicher Geschmack, sage ich mal. Ist ja aber auch beides okay. Ja. Aber ich meine, das sind ja so Dinge, entweder sollte man die in einem realen Projekt einfach mal mit dem Team besprechen. Ob man sagt, wir schreiben immer einen Return dazu, wir lassen es weg, wenn es möglich ist. Das sind einfach so Conventions, die ich in einem Team einfach abklären würde. Generell. Code-Style. So Code-Style ist das genau. Am besten noch einen Linter, Swift-Lint drin. Genau, also im aktuellen Projekt machen wir es so, wir haben Swift-Format und so drin. Wir benutzen keinen Swift-Lint, weil wir ein externes System haben, was uns Static-Code-Analyse macht. Aber ja, Swift-Lint wäre auch eine Möglichkeit. Aber was Code-Style angeht, Swift-Format ist halt richtig cool. Weil da kannst du auch... Können wir vielleicht auch mal in einem weiteren Stream mal uns angucken. Da kann ich wirklich Regeln definieren. Also der verändert den Code auch wirklich manchmal. Du kannst zum Beispiel sagen, die Imports, dass die alphabetic sortiert sind. Du kannst sagen, die Datei muss einen bestimmten Header haben, was ja bei Kunden relativ oft der Fall ist, dass der Copyright-Kundenname stehen muss. Kannst du in Swift-Format sagen, egal was da für ein Header drin ist, ersetze den durch diesen. Das kann auch Swift-Format. Wer macht das aber beim Kompilieren dann? Du musst... Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Im aktuellen Projekt haben wir es so gemacht, wir müssen es händisch aufrufen. Und unsere CI-Pipeline prüft das. Also die ruft Swift-Format auf. Wenn in lokalen Repository was ausgeschickt wird, dann ein Change passiert, dann fällt die Pipeline. Ah, super. Dann kriegst du halt die Meldung in deinem Pull-View-Gast. Ey, dein Code-Style passt hier nicht. Korrigier's bitte. Also so haben wir es gemacht. Also bei uns ist es so, wir haben Swift-Lint und es ist einfach ein Build-Step. Ja. Und der macht immer auch... Also du kannst ja Autocorrect machen bei Swift-Lint. Der macht das halt immer bei jedem Bauen. Das ist auch so eine... Was... Ja, also es ist ganz okay, wenn du schon im Style schreibst. Ja. Weil wenn man nicht im Style schreibt, dann ersetzt dir das File praktisch durch dieses Autocorrect und dann ist dein Undo kaputt. Ah, okay. Ja, okay. Weil er findet was, ersetzt es durch das Neue und dann ist dein Undo kaputt. Ja. Und wenn du halt nicht schon im richtigen Style schreibst, also auch mit Einrückung und dem ganzen Kram, dann macht dir halt immer deine Undo-History kaputt durch Bauen. Das ist halt ein bisschen nervig. Von daher finde ich den Ansatz eigentlich ganz cool, dass man halt selber verantwortlich ist, das zu machen, weil man halt dafür Zeit hat oder einplant und dann DCI meckern lässt. Genau, aber jetzt habe ich hier das rausgezogen. Ich habe mal als Default-Wert das leere Array reingegeben. Dann kann man hier einfach Create Environment machen und hat ein leeres Array. Mache ich auch sehr gerne eigentlich immer, dass ich Default-Werte mit reingehe. Genau. Wenn wir jetzt, ich kopiere jetzt einfach das. Theoretisch könnte man das hier auch noch in Setup oder so reintun, aber ich kopiere es jetzt einfach erstmal mit. Wir wollen, eigentlich ist es uns ja der, ähm, die Frage ist, wir können vielleicht noch mal kurz in die Implementierung gucken. Wenn der Suchstring leer ist, führen wir den Request gar nicht aus. Genau. Und das können wir ja testen, dass wir sagen, wenn da ein leerer Suchstring übergeben wird, wollen wir gar nicht den API-Call machen. Das ist die Frage, wie man das halt testet. Das könnten wir testen. Ob wir, genau, also. Oder versuchen. Ich weiß nicht, ob es einen Nicht-Receive gibt, weil das testet der implizit. Ja, weil, ähm, genau, aber du. Also, der Test, genau, der Test wäre ja eigentlich so wie vorher, ja, wir geben, achso, wir geben Leerrein. Nichts ein, genau. Wir erwarten, dass nichts da in der Search-Term wird. Wir überspringen unsere Debounds. Das hier erwarten wir nicht. Ja, die Frage ist, wo wir, wir machen aber in der Search, glaube ich, die Prüfer. Von daher würden wir es schon erwarten, dass die aufgerufen wird, oder? Oder machen wir es vorher? Nehmen wir mal es vorher. Ne, das ist die Search. Wir machen es in der Search. Ja, das ist natürlich jetzt schwer zu testen. Also, eigentlich könnten wir ja, also, was wir jetzt umbauen könnten, dass wir sagen, wir returnen da einen anderen Effekt vorne dran, in der Search-Fieldy-Change, dass wir es da prüfen, ist es leer, und dann triggern wir einen anderen Effekt. Dann hätten wir den Fall, dass wir die Suche gar nicht ausführen, wenn leer. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir testen jetzt einfach, okay, wir erwarten, die Suche wird ausgeführt, aber mit einem anderen State-Change, glaube ich, war es oder so. Was wir machen, ich glaube, wir müssen mit den normalen Asserts arbeiten. Oder was? Sondern in unserem Environment sagen, wenn das, also, kann man not called aufrufen, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen blöd, weil... Ja, du musst eher andersrum machen, du musst quasi, ähm, ich muss mal gucken, mit dem normalen XC-Test, ähm, es gibt Frameworks, wo du dann verifihen kannst, dass quasi auf einem Mock-Objekt bestimmte Methoden nicht aufgerufen werden, oder die Anzahl, wie oft es aufgerufen wird. Ob man das so, ohne diese Frameworks, wird es, glaube ich, jetzt... Weil es ist halt, also, ich kann hier keine Assert reintun, weil es wird ja nie aufgerufen. Ja, genau, das würde nichts bringen. Äh, doch, ich kann eine Assert mit, äh, äh, Fail reinmachen. Genau, du könntest sagen, okay, wenn es nicht failt, dann... Stimmt, du könntest sagen, wenn das aufgerufen wird, dann fail. Ja. Was so ein bisschen andersrum an dieser Rangehabe wäre. Ja, ich brauche hier aber noch eine, ähm, Variante von dem Environment-Ding, wo die, äh... ich, äh, die Closure reingebe, praktisch das, damit ich das hörtreihen kann. Query, und wir geben zurück einen, ähm, genau, wir geben zurück Movie. So, also wir machen jetzt nicht den Publisher, ähm, Grafeldier, sondern der Closer nimmt einfach, äh, einen Query und gibt Movies zurück und den nehme ich hier rein. Wir sagen Movie Movies so, geben rein Query Okay Also wir sagen praktisch wenn gesucht wird dann doch weil wir es in die Closure unten reinstecken Also wir sagen, wenn die Suche aufgerufen wird und dann führen wir unsere einfache Closure aus und packen die in den Effekt und jetzt kannst du ja quasi in dem Test sagen, wo wir erwarten, dass das nicht aufgerufen wird, dass wir da ein XCT Fail reinpacken Genau, ich kenne jetzt hier Was dazu führen würde, wenn das Ding aufgerufen wird dass unser Test auf Rot geht Genau, also ich komme jetzt hier in einen Search-Name rein, der ist mir egal Genau Ich return die damit ich, weil ich muss ja was return Ich return einfach die leere Liste Aber Mach vorhin XCT Fail Genau Dann kannst du noch eine Message mit reingeben so Should not be called oder irgendwie sowas Ja Äh API Genau Jetzt würde quasi, wenn diese Methode aufgerufen wird unser Test fähig Ja Wir können es ja jetzt mal testen, dass wir jetzt im ersten Schritt da mal einen Suchbegriff doch reinpacken, um zu sehen, dass der wirklich fehlt, wenn da eine Suche ausgeführt werden soll Genau, also wenn wir jetzt tatsächlich was suchen Dann würde ich jetzt erwarten, dass jetzt ein XCT Fail ausgelöst wird Einfach mal Also ich habe es immer ganz gern Test ist erstmal rot Ja Weil schon Es gibt auch Tests, die sind immer grün Ja Also deswegen sollte man wirklich bei Unit-Tests immer so vorgehen Genau Einmal sehen, dass er wirklich rot ist Wir müssen sicherstellen, dass es, wenn die API aufgerufen wird, auch wirklich da reingehen Genau Und das sehen wir gerade passiert Genau, hat funktioniert Okay Damit haben wir jetzt einmal sichergestellt, dass das mit dem XCT Fail funktioniert Also wenn wir einen Suchstring reingeben, geht der kaputt Genau Und wenn wir jetzt nicht diese extra Logik hätten im Web-User für den Empty-String Würde er jetzt auch wieder kaputt gehen Aber wir haben ja die Logik, dass er dann nicht den API-Request macht, sondern direkt zu dem Success geht Genau Wenn man es vielleicht auch hätte so durch die Hintertür testen können Man returnt ein Movie in der Liste Mhm Und sagt aber, ich receive die leere Liste Das wäre aber so Aber das ist eigentlich nicht das, was du da gerade testen hast So ist es besser, weil jetzt ist das Du stellst sicher, dass wenn Du erwartest ja, dass diese Methode nicht ausgelöst wird Ja Und so stellst du sicher, dass es wirklich der Test korrekt reagiert, wenn das passiert Also ich würde es eher so machen, als dieses hinten rum Was zum Schluss vielleicht in zwei Monaten keiner mehr versteht, warum das so gemacht wurde Was wir jetzt eigentlich auch sehen müssten Ähm Doch Die Coverage, die muss ich erst mal gucken, ob es im Scheme aktiviert ist, dass er sie sammelt Also wenn ihr Coverage in Xcode anzeigen wollt, müsst ihr einmal sicherstellen, dass das Scheme Da gibt es einen Haken bei Test Ähm Genau, macht es nämlich gerade nicht ganz unten Code Coverage Da muss ein Haken drin sein, dann könnt ihr angeben für alle Targets oder nur für bestimmte Können ja jetzt ein Ja gut, bestimmte, dann musst du jetzt das Target angeben Was du wie Code Coverage sammeln willst Kann man ja mal machen Ich weiß schon gleich angeben Ja, das sind ja quasi unsere ganzen Targets Also eigentlich hätte ich da auch All Targets sagen Egal Ich weiß nicht, weil er hat ja auch die SIF Packages aufgelistet Nicht das also Aber wir wollen die beiden Ist okay Genau, das ist Punkt 1 Und dann musst du noch bei Xcode, bei der View Kannst du sagen, ich glaube oben bei Editor oder so Dass er es halt auch wirklich anzeigt Ja okay, ich würde jetzt erstmal die Oder führ es mal aus, jetzt sammelt er zumindest die Coverage Die bei uns natürlich jetzt verschwindend klein ist Ja, aber ich wollte testen Wenn man den, dass er halt diesen Dass er in den Zweig reingeht Dass er ihn auch noch hat Dass er ihn auch mal gesehen hat Genau Jetzt muss er natürlich ein bisschen nochmal länger bauen Weil er jetzt diese Anweisung für die Code Coverage Und muss in den Compilat Ja Ja Ist das, was da rauskommt Und Also ich habe mir irgendwie angewöhnt Ich mache das relativ gerne Dass ich mir das dauerhaft anzeigen lasse Damit ich halt sehe, wenn ich Tests ausgeführt habe Okay, wo bin ich denn noch nicht lange gegangen Um halt dann zu überlegen Okay, kann ich das sinnvoll testen Weil im Prinzip Durch Unit heißt Das Ziel ist ja Alle Verzweigungen von dieser Unit Abzuprüfen Das wäre eigentlich das Standardziel Also Man muss sich überlegen Ob es immer Sinn macht Also Ja Bei manchen ist es auch sehr schwer Jede Jede Verzweigung abzuprüfen Das ist schwierig Weil du manchmal den State nicht so fein granular einstellen kannst Oder manchmal will man es auch Also so ein Super Edge Case Gerade die sollte man vielleicht testen Also ich bin jetzt hier auf den letzten Reiter gegangen Habe hier Coverage ausgewählt Dann sehe ich jetzt diese beiden Targets Die ich gesagt habe, die ich testen will Ja, den testen Haben wir noch keine Tests für Und jetzt sehen wir hier die verschiedenen Piles Die Screens, klar, die testen wir nicht So Aber wenn ich jetzt hier in MovieList Core gehe Okay, rein springen Genau, seitlich sieht man es schon Genau Neben dem Scrollbalken Ist quasi diese roten Bereiche Das zeigt jetzt quasi an Die Tests, die jetzt ausgeführt wurden Sind durch diese roten Bereiche nicht durchgelaufen Genau Die grünen Bereiche wurden durch mindestens einen Test ausgeführt Und die Anzahl gibt quasi an Wie oft man an dieser Stelle vorbeikam durch die Tests Das heißt, das was er gerade markiert hat Oder jetzt Da kam er jetzt durch die Tests zweimal vorbei An dieser Codezeile Oder an diesem Block Und hier dreimal Und ja Vielleicht ist das irgendwie komisch für die Zeilen Muss ich sagen Weil warum ist er hier Wir haben hier nur zwei Tests ausgeführt Also warum ist er hier dreimal durch? Ja, aber es kann sein, dass er intern durch State Changes Durch die Publisher und so Eventuell da mehrfach irgendwie Aber was wir sehen Er Er war noch nicht im Detail Genau Also diese Closure Wurde noch nicht Aber das war ja zu erwarten Dass das nicht aufgerufen wird Genau Und wir haben Den Map noch nie aufgerufen Das ist das, was ihm hier fehlt, denke ich Weil hier rein sind wir ja schon In Show Movies Ja, aber immer mit einem leeren Array Immer mit dem leeren Array Das heißt, er ist ja nie durch Und was wir noch gar nicht hatten Ist, wenn das Movie Demo-Verequest fehlschlägt Genau So Das wäre quasi jetzt noch sinnvoll Dass wir einen Test schreiben Der quasi eine Failure verursacht Ja Um diesen Block hier abzuprüfen Ja Ähm, genau Und so kann man sich halt durch Durch seine Klassen durchhangeln Und gucken Okay, was habe ich schon getestet Was ist noch nicht getestet Und was sollte ich testen Genau Genau Aber, ähm Das ist nur mal, weil ich auf die Uhrzeit gucke Und wir wieder so quasi an unserem Limit langsam wieder sind Ähm Würde sagen Einen ersten Einblick Wie mache ich Unit-Tests mit dieser Architektur Ähm Reicht das, glaube ich Ja Ich denke, das Prinzip hat man im Groben verstanden Wie es funktioniert Es ist sehr einfach aufgebaut und auch gut zu benutzen Ja, da ist Also Im Vergleich zu letzter Woche Wo wir irgendwie die Favoriten eingebaut haben Wo ich gesagt habe Ich finde das extrem kompliziert, wie man es einbaut Ähm Hat man jetzt den Vorteil, dass der Test dann relativ einfach wird Das ist Das Favoriten ist, glaube ich, auch so mit das Schwierigste, was du einbauen kannst Weil wir halt über fünf Dates verteilt und fünf Screens verteilt Und das selber irgendwie synchron halten wollen Ähm Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen Würde ich kurz noch im Chat fragen Ob es noch Fragen gibt Oder ob wir noch irgendwas zeigen sollen Weil wir immer dieses Delay drin haben Dass man da kurz auch noch drauf eingehen kann Ähm Ansonsten hast du ja schon gesagt Sommerpause Genau Bis September Also Ja Genaue Woche wissen wir noch nicht Aber wahrscheinlich so zweite oder dritte September Woche Denke ich mal Das sind wir wieder gar Ja Am Urlaub Da muss auch mal sein Ja und dann Ähm Haben wir jetzt ja auch schon ein paar Themen Ähm Immer Ähm Erwähnt Die uns so einfallen Die wir schon von Themen immer Also so wird es dann auch weitergehen Ähm Genau Und wenn jetzt Ähm Wirklich keine Fragen mehr sein sollten Würden wir hier glaube ich jetzt auch Schluss machen Und uns für die In quasi In unseren Urlaub verabschieden Mehr oder weniger Ja Ich muss noch ein paar Tage Ich glaube du hast schon Nächste Woche Ich halte es mein letzter Ja genau Genau Okay Er hat Keine Fragen Oder Er traut sich nicht Ja Es gibt keine Fragen Nur ein Ein Wunsch für die Ferien-Session Dankeschön Genau Und Ja Dann Wünsche ich euch ein schönes Wochenende Und bis zum nächsten Stream in ein paar Wochen Macht's gut Ciao 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 Ciao